Hier ist der Spiegel mit der Lage am Freitagmorgen. Heute geht es um die Kanzlerentscheidung zu den Marschflugkörpern Taurus. Wir schauen auf Robert F. Kennedy und die US-Wahl. Und wir beschäftigen uns mit der Vergabe des Friedensnobelpreises in Oslo. Spiegel-Redakteur Roland Nelles hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Nein zu Taurus. Und dann? Bundeskanzler Olaf Scholz muss für seine Entscheidung, vorerst keine Taurus-Marschflugkörper an Kiew liefern zu wollen, reichlich Kritik einstecken. Interessant ist an der Scholz-Entscheidung, dass es eigentlich eine Nicht-Entscheidung ist. Die Waffe wird vorerst nicht geliefert. Das ist keine neue Position. Die Betonung liegt weiter auf dem Wörtchen vorerst. Das bedeutet, dass die Lieferung für die Zukunft nicht auszuschließen ist. Bei der ganzen Aufregung darf zudem nicht vergessen werden, dass Scholz für seine abwägende Positionierung in der Frage der Waffenlieferungen auch diverse innenpolitische Gründe haben dürfte. Am kommenden Sonntag wird in Hessen und Bayern gewählt. Etliche Anhänger der Partei stellen die deutsche Verwicklung in den Ukraine-Konflikt generell in Frage. Deshalb könnte man annehmen, dass es auch einen gewissen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Wahlen und dem vorläufigen Nein des Kanzlers zur Taurus-Lieferung gibt. Was plant Robert F. Kennedy Jr.? Der Name Kennedy sorgt immer noch für maximale Aufmerksamkeit. Das gilt natürlich besonders in den USA. Seit Monaten ist Robert F. Kennedy Jr. dort im Wahlkampf unterwegs. Der Sohn von Robert F. Kennedy, dem früheren Justizminister. Robert fiel in den 60er Jahren wie zuvor bereits sein Bruder John F. Kennedy einem Mordanschlag zum Opfer. Es war eine der großen Doppeltragödien der amerikanischen Politik. Bisher dachte alle Welt, Sohn Robert würde bei den demokratischen Vorwahlen gegen US-Präsident Joe Biden antreten. Doch nun hat Kennedy für die nächsten Tage eine große Bekanntmachung angekündigt. Es gibt Spekulationen, er könnte als unabhängiger Kandidat in das Präsidentschaftsrennen 2024 einsteigen. Das wäre ein ziemlicher Paukenschlag. Kennedy ist ein begabter Redner. Er hat den Bonus des prominenten Familiennamens. Ansonsten ist er aber ein ziemlich wirrer politischer Geist. Er verbreitet Verschwörungsmythen, gilt als Impfgegner und meandert in vielen politischen Streitfragen zwischen populistischen linken und rechten Positionen. Bei den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten wäre er für Präsident Joe Biden wohl keine Gefahr. Sollte er jedoch tatsächlich als Drittkandidat antreten, wäre die Sache schon nicht mehr ganz so eindeutig. In einigen Bundesstaaten könnte ein einigermaßen erfolgreicher Drittkandidat, der nur einige zehntausend Stimmen erhält, die US-Präsidentenwahl in die eine oder die andere Richtung kippen lassen. Friedensnobelpreis wird vergeben. Es ist wieder soweit. In Oslo wird heute bekannt gegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Offiziell wurden 351 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, darunter 259 Personen und 92 Organisationen. Als aussichtreichste Anwärter gelten Menschen oder Organisationen, die sich um die Aufklärung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine bemühen. Auch Vorkämpfer für die Menschenrechte in Iran oder Klimaaktivisten sind potenzielle Gewinner. Es gibt Menschen, die meinen, der Friedensnobelpreis sollte in diesem Jahr wegen der vielen bewaffneten Konflikte in der Welt am besten gar nicht vergeben werden. Sozusagen als Signal des Protests. Tatsächlich hat es das 1972 das letzte Mal gegeben, während des Vietnamkriegs. Damals gab das Nobelkomitee keinen Grund für die Nichtentscheidung bekannt. Es hieß aber, man habe Schwierigkeiten gehabt, einen Preisträger zu finden. Was sonst noch wichtig ist? Donald Trump muss wegen seiner Lügen über angeblichen Wahlbetrug nach der Niederlage gegen Joe Biden vor Gericht. Seine Anwälte wollen nun eine Abweisung von Bundesanklage erwirken und berufen sich auf seine Immunität als damaliger US-Präsident. Die US-Börsenaufsicht SEC will Elon Musk zum Kauf von Twitter befragen. Doch der Tech-Milliardär weigert sich. Jetzt soll ein Gericht die Angelegenheit klären. Karen Mioska hat zum letzten Mal die Tagesthemen moderiert. Zum Ende der Sendung kamen ihre Kollegen zu ihr ins Studio. Für die 54-Jährige gab es Applaus und eine Snoopy-Figur. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.